Was ist Abschnitte in der Geschichte? Es gibt Abschnitte in der Geschichte immer wieder, wo wir sehen, dass eine Periode endet und ein Neuer anfängt. Das geschieht soeben vor unseren Augen. Weil es ist etwas passiert, was in seinen Folgen noch unabsehbar ist. Nämlich, dass ein offener Rechtsbuch mit in Europa geschieht. Als Wladimir Wladimirovich Putin den Beschluss fasste, die Krim zu besetzen, wischte er mit einem Federstrich eigentlich alle Übereinkommen und alle Sicherheiten, die wir weitgehend sogar seit dem Jahr 1945 in Europa gehabt haben, beiseite. Aber wir müssen uns jetzt klar sein, dass hiermit eine beträchtliche und sehr erfolgreiche Friedensepoche in Europa endet. Weil in dem Moment, wo ein Rechtsbuch akzeptiert wird, folgte dem der Nächste am Fuße. Dafür kann ich Ihnen garantieren. Wir beobachten soeben, wie die Vorspeise eingenommen wird, die Krim. Ich fürchte, wir werden noch eine georgische Suppe und vielleicht noch eine ukrainische Hauptspeise beobachten können. Wir dürfen nicht vergessen, in der Politik gilt das, was wir oft hören, dass mit Essen erst der Appetit kommt. In dem Fall ist es jedenfalls so. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Krim. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir glauben, dass wir uns jetzt bewusst nennen. Vielen Dank.